Okay, da sind zwei. Mann, das ist nervig. 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 Werfen war nicht so. Na gut. Belastung. Es ist auf Besuch der Munition. Das ist das Problem mit Sturmangriff. Ach jetzt müssen wir... Ich dachte das Defekt 2 hat eigentlich ein besseres Autospeichersystem. Ich verstehe auch nicht wie man Concussive Shot mit Bescheidigungsschuss übersetzen kann, aber... ... 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 Ich halte dir die Augen offen. Danke. Ich sagte ihm nicht, zu gehen. Aber er ist smart. Ich hoffe, dass er ein kranker Baterianer ist. Ich habe einen Baterian-Plag-Viktor nahe der Entrance in der Nähe. Kannst du jemanden geben, um ihn zu helfen? Hm. Risky. Blue Sons, Fortress, noch in der Strecke, nicht sicher. Mal sehen, was ich tun kann. Habt ihr irgendwelche Probleme in der Klinik? Nichts, Major. Blue Sons kamen für Menschen, haben die Gefahr gemacht und haben sie gekostet, bevor es sich aufgelistet. Das ist nichts Schlimmes? Was dir alles an Shit rumliegen hat? Was dir alles an Shit rumliegen hat? Ich hab aufgelenzt. Du bist sie an ein��를ffen und hatte dich. Oh mein Gott führst du jetzt die Mindestens fünf. Ja, das ist das Hauptziel. Ja, das ist das. Ja, das ist das. Das war viel zu knapp. Ich wollte nicht nochmal eine Mission spielen. Ja, das ist das. 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 Nein. 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 Nein.